Ich war nur kurz auf den Boden zu gehen, wenn mein Saviour und Freund, der Mann, der nicht geboren Kind, den ich gerade umgekündigt habe, entschieden, ohne mich zu verlassen. Verdammt. Das ist ein Verräter. Wieso, Max? Geh in, schnell! Pfff... Echt Armer. Ich kann nicht glauben, dass dieser Mann einfach auf mich fliegt. Nachdem alles, was wir durchgeführt haben, habe ich seine Freundin's Leben saved. Wer? Raul Passos? Ja, Raul Passos. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, Sie waren sehr nahe. Wir waren. Wieso? Ich habe eine Nachrichtung gemacht. Jesus. Ich dachte, die beiden arbeiten für Rodrigo Branco. Ja, so? So? Wieso? 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 W Ken. Wieso? 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 Da hat's noch Haare, Max. Jetzt bist du ziemlich betrunken. Und weg ist er. Was ist der Fall? Was ist der Fall? Was ist der Fall? Ich habe mich nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Okay! Ich bin nicht verletzt! Ich bin nicht verletzt, aber es könnte sein. Was ist der Fall? Es ist ein Moment! Das ist ein Moment. Está bien, tranquilo. ¡No hay nadie aquí! ¡Este también está! ¡No hay nadie aquí! ¡Este es Don! ¡Luego! ¡No hay nadie! ¡Luego! ¡No hay nadie! ¡Luego, parcerito! Que yo te cubro! ¡Yo te cubro! Alante mis camaradas! ¡Gracias, chico! ¡Ahora! ¡No hay nadie, chico! ¡No hay nadie que lo que hago! Los vamos! Ah. No, 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 no. I couldn't just pretend my friends weren't there. Get out of here! Get out of here! Get out of here! Get out of here, man! Get out of here, man! Are you all dead, or no? No, no, no. I'm an assassin! Perfect. Thank you! Well, we're already doing it. Are they here, or something? No, no, no. The radio. Maybe I could send out an S.O.S. You've been here for so long and you can't be aware of it. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover. Long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. These were the first time I'd be aware of it. You've been there. I don't know what you're doing here. Not bad. I'm concerned you're doing your best. Stop it! Stop. 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 Stop! Ah! 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 The fighter was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whisky after a two-day's bender. How to shut off the fuel feeds. Loathe, Max. Uh... I don't know where to go, huh? Oh, yeah. There wasn't much air left. No. That's not enough. No, 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 no. Come on, Max. Nope. That's not enough. Ha, dead. Okay. Oh, well. It's y'all. It's y'all. Oh, no. Yeah. Oh, no. Ah, no. Oh, no. Oh, no. I don't understand. Der Feuer stöhnt aus der Ruhe. Ich wusste nicht, ob ich mich verletzt wurde, als ich rausgekommen habe. Ich brauch noch ein bisschen Wasser aus dem Wasser, bevor ich sterbe. Es war wie die Need für ein Wack-up-Whiskey nach einem 2-Dage-Bender. Wie zu verhindern die Führung. Move, Max! Was ist das? Ah. Okay. Was ist das? Ich habe einen Motorrad verletzt, aber es hat keine Unterschiede gemacht. Hier? Wo ist das? Wo ist das? Da. Ich kann wieder zu spüren. Jetzt kann der Bokeh wieder zu spüren wie Suntan-Oil, Stahle Margaritas und Gräde. Haha. Na toll. Na super. Ich kann wieder zu spüren. Stopica das mal der Brot. Macht Angst. Vielen Dank.